Glück auf Schalker und herzlich willkommen zur Spieltagsvorschau des 21. Bundesligaspieltages gegen Union Berlin. Am Sonntag, sprich morgen, sind wir nämlich in der Hauptstadt zu Gast und spielen gegen den zwei Platzierten der Fußball-Bundesliga. Und für uns geht es natürlich darum, im Abstiegskampf wieder etwas näher ranzukommen an unsere Konkurrenz aus Stuttgart, Hertha oder auch Bochum. Und deswegen wäre es natürlich schon enorm wichtig, die nächsten Punkte Mehrzahl zu holen. Aber vielleicht kann auch schon ein Punkt durchaus ein Gewinn sein. Denn natürlich müssen wir uns eine Sache nicht vormachen. Union Berlin ist der klare Favorit in diesem Spiel. Sie spielen eine tolle Saison, haben auch gegen Ajax in der Europa League eine gute Leistung gezeigt und sind nicht umsonst in der Bundesliga nur einen Punkt hinter den Bayern. Das ist wirklich klasse, was Union Berlin aktuell spielt, wie sie sich die letzten Jahre entwickelt haben. Ich glaube, ich muss gar nicht viel mehr zu Union sagen, weil wir sie alle kennen. Für mich ist es auf jeden Fall mit das schwierigste Auswärtsspiel, was wir jetzt noch so haben werden. Und daran passe ich auch so ein bisschen meine Erwartungshaltung an. Denn die letzten drei Spiele waren zwar durchaus ein Fortschritt meiner Meinung nach bei uns, die 3-0-0 gegen Köln, Gladbach und Wolfsburg, weil wir meiner Meinung nach auch jedes Spiel einen Schritt nach vorne gemacht haben. Problem ist, unsere Defensive, ja, die ist stabiler, die ist sicherer geworden. Aber unsere Offensive macht halt deutlich zu wenig Tore. Wenn man mal schaut, dass wir 14 Treffer erzielt haben, ist das schon mit Abstand die schwächste Offensive. Zum Beispiel Stuttgart hat 9 Tore mehr, Hertha und Bochum 10 Tore mehr. Das ist dann schon eine satte Differenz. Und da muss natürlich wirklich auch nochmal eine deutliche Steigerung her. Klar, gegen Wolfsburg waren wir sehr nah dran, auch Tore zu erzielen. Vor allen Dingen auch das Tor von Kral war ja sehr, sehr knappes. Abseits mit ein bisschen Glück stehst du auf gleicher Höhe und machst es 1-0. Aber ich glaube, ja, was unserer Mannschaft wirklich mal extrem helfen würde, würde so ein Führungstreffer sein. Wirklich mal 1-0 in Führung gehen, sich dann erst recht auf die Defensive konzentrieren zu können. Aber natürlich ist auch klar, mit Union Berlin kommt nochmal auch rein von der Form, rein von der individuellen Qualität, was man bislang so gesehen hat, eine ganz andere Mannschaft als vor allen Dingen auch zuvor Wolfsburg und Gladbach. Das muss man halt auch schon ganz klar ins Verhältnis setzen. Klar, auch Thomas Reis hat auf der gestrigen Pressekonferenz gesagt, wir fahren dorthin, um zu gewinnen. Alles andere wäre nicht wirklich logisch und irgendwie auch blöde. Und da bin ich ja vollkommen bei ihm. Aber trotzdem würde ich jetzt sogar spontan vor dem Spiel sagen, wenn wir jetzt zum vierten Mal 0-0 in Folge spielen, wäre das sogar okay. Weil die Spiele, wo wir drei Punkte holen müssen, die kommen danach mit den Duellen gegen Stuttgart und Bochum. Da musst du halt auf jeden Fall die Dreier holen. Und jetzt schwimmen wir gegen Union Berlin. Und natürlich ist auch dort wieder die große Frage, wie sieht es aus, wie ist die Taktik, was kann man erwarten, wie stellt Thomas Reis auf? Und da ist natürlich erstmal die grundsätzliche Frage, wie sieht es aus mit dem Personal? Da gab es ja unter der Woche ein paar Verletzte, ein paar Erkrankte, ein paar, die nicht beim Training mit dabei waren. Schöne Nachrichten gibt es bei Moritz Jens. Der ist Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und er konnte auch deswegen schon gestern wieder trainieren. Vorgestern wieder direkt trainieren. Also da ist alles wunderbar verlaufen. Ansonsten fehlte ja Alexander Schwolo. Der hat sich ja auch leicht verletzt. Da ist ja wohl das Spiel gegen Union Berlin durchaus wackelig. Auf der Pressekonferenz wurde darüber nicht gesprochen. Also es könnte sein, dass unsere Nummer 2 ausfallen würde. Dann wäre natürlich Michael Langer bedingt durch die Verletzung von Hegeren mit im Kader. Bei Tim Skarke gibt es weiterhin Probleme am Fuß. Es wird wohl sehr, sehr eng mit einem Einsatz gegen Union. Manche Schalker spekulieren ja, dass es vielleicht auch einfach eine Vertragsklausel gibt, die besagt, er darf nicht gegen seinen Stammverein spielen. Wäre ja auch nichts Überraschendes, weil das an sich eine normale Klausel ist. Das könnte auch sein, aber offiziell heißt es als Skarke hat leichte Verletzungsprobleme. Wird aber wohl gegen Stuttgart auf jeden Fall mit dabei sein können. Marcin Kaminski, Danny Latzer und auch Niklas Tauer konnten allesamt wieder mittrainieren. Aber Reis sagt hier, ein Einsatz gegen Union Berlin käme noch zu früh. Ich denke mal ähnlich sieht es auch bei Sepp Vandenberg aus. Und dann ist natürlich sicherlich eine Frage, die viele Fans immer wieder interessiert. Spielt Rodrigo Salazar vom Beginn an oder nicht? Und natürlich wurde auch das Thomas Reis auf der PK gefragt. Und er hat durchaus gesagt, dass das gut war von Salazar die letzten Wochen, dass er sich pöpö gesteigert hat, auch jetzt nochmal eine Woche weiter ist. Und somit von der Fitness sicherlich wieder über 60, 70, vielleicht auch wie gegen Wolfsburg 90 Minuten gehen kann. Aber natürlich ist auch immer wieder eine taktische Überlegung ist, zum Beispiel mit Balanta einen defensiveren Spieler ins Mittelfeld zu bringen, wodurch man eher mehr Stabilität hat, mehr defensive Power. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie unsere Aufstellung gegen Union Berlin aussehen wird. Und habe mir da mal folgende Gedanken zu gemacht. Denn hier haben wir sie im 4-3-3-System mit zwei Änderungen im Vergleich zur Vorwoche. Also ich glaube tatsächlich, dass Balanta reinkommen wird für Salazar, der dann als Joker fungieren wird. Und dass Marius Bülter reinrücken wird für Tim Skarke, der eben dann verletzungsbedingt fehlt. Ich hätte mir auch sogar ganz gut vorstellen können, dass heute Shiro Kuzuki mal eine Pause bekommt und von der Bank kommt. Auch das hat der Thomas Reis angerissen. Glaube aber nicht, dass er das machen wird, wenn auch noch Skarke raus muss. Also dass er direkt beide Flügelpositionen tauscht. Sonst wäre natürlich auch mal eine Überlegung, dass man Salazar da spielen lässt und dann trotzdem das 3-Mittelfeld mit Kraus, Balanta und Kralat. Aber so denke ich mal, dass wir Kuzuki erneut von Beginn an sehen. Aber blicken wir nochmal ganz kurz auf jeden Mannschaftsteil. Im Tor müssen wir nicht groß diskutieren. Fährmann drei Spiele, dreimal zu null, mit dem Ball am Fuß einen Schritt nach vorne gemacht. Wenn er gefordert wurde, war er da. Jetzt gegen effektive Berliner muss Ralle erst recht da sein. Und weil eben Union Berlin so eiskalt ist im Abschluss, aus wenig viel Macht, glaube ich, wird auch Thomas Reis nicht das Risiko eingehen, an unserer Viererkette etwas zu verändern. Klar, Cedric Bonner ist ohnehin gesetzt, war zuletzt angeschlagen, kann aber spielen. Maya Yoshida und Moritz Jens sind aktuell die beiden Innenverteidiger. Und doch da geht es um mich kein Fragezeichen. Das Thema, was man sicherlich aufmachen könnte, wäre Ovejan für Uronen. Und das wäre für mich auf jeden Fall ein Wechsel in der Startelf, der Sinn machen könnte gegen Stuttgart und Bochum. Jetzt für das Unionsspiel, glaube ich es nicht und würde es auch nicht zwingend machen. Ich bin der Meinung, Thomas Ovejan ist der bessere linke Verteidiger für dieses System. Aber für das Spiel gegen Union würde ich da hinten jetzt nicht zwingend etwas ändern, weil eben auch Uronen defensiv ein bisschen solider ist, ein bisschen stärker ist und das gegen Union meiner Meinung nach auch etwas besser geeignet ist. Dreier Mittelfeld, wie angerissen, Kral Kraus ohnehin gesetzt und das auch vollkommen logisch so. Zuletzt beide wirklich mit sehr guten Spielen. Und dann denke ich mal, werden wir wie auch gegen Gladbach Eder Ballanta sehen. Es ist ein Auswärtsspiel, wo du sicherlich erstmal mit dem Punkt grundsätzlich zufrieden wärst. Das ist meine ehrliche Meinung, ihr könnt das gerne anders sehen. Aber wenn wir am Ende hier 0-0 spielen, würde ich Stand jetzt sagen, vollkommen in Ordnung. Aber dann müssen gegen Stuttgart zwingend drei Punkte her. Und ich glaube schon, dass man das intern ähnlich beurteilen wird. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man hier Ballanta reinbringt, um erstmal wirklich die defensive Stabilität zu gewährleisten. Und dann eben auch im Laufe des zweiten Durchgangs sollte es weiter 0-0 stehen, einen wie Rodrigo Salazar einzuwechseln, der dann auch erst recht dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann. Offensive Dreierreihe, wie angerissen. Skarke wohlmöglich vor einem Ausfall. Bülter wird dann wohl für in die Startelf rutschen. Kuzuki könnte eine Pause gebrauchen. Auch Drechsler wäre hier ein Kandidat. Glaube ich aber dann nicht zwingend dran. Und Sturmzentrum hat es Michael Frey, finde ich, gegen Wolfsburg ganz gut gemacht. Sehe ich jetzt nicht zwingend einen Grund, Terodde für zu bringen. Ist ein bisschen schade, dass Simon Terodde aktuell auch nicht trifft. Michael Frey trifft auch nicht. Also mal gucken, wie sich das noch die kommenden Wochen entwickelt. Hier sehe ich aber Michael Frey, auch weil er im Pressing nochmal ein bisschen stärker ist, gegen Union Berlin in der Startformation. Und somit wäre das die erste Elf. Und die Bank, die sähe dann folgendermaßen aus. Hier bin ich dann erstmal davon ausgegangen, dass wirklich auch Tim Skarke und Alexander Schwolo ausfallen und nicht im Kader stehen. Und damit Michi Langer als dann eben zweiter Keeper dabei ist. Für die Abwehr hätten wir dann Aydin, Matriciani und Ovian. Damit müsste ein Leo Greimel wieder zu Hause bleiben. Ich finde es aber auch an sich unnötig, jetzt hier noch einen weiteren Innenverdeidiger mitzunehmen, neben Matriciani, weil ja Ballanta das auch noch spielen kann. Und weil wir eben dann mit Ballanta, Kral und Kraus schon drei Sechser, Schrägstrich Achter haben, denke ich mal, wird man auch dann eher Offensivfaktöre mitnehmen. Auch bedingt dadurch, dass eben Latzer und Tower noch nicht topfit sind. Das wären eben dann Drexler und Salazar fürs Zentrum. Und so wie dann für die offensive Dreierreihe Mohr, Karaman und Terodde. Über Tobi Mohr wurde ja auch selbst ein bisschen gesprochen, der nicht im Kader war. Aber ich finde ihn auf jeden Fall besser als Karaman und würde ihn auch deswegen aktuell auch eher mit dem Kader nehmen als Kenan Karaman, weil er, finde ich, auch besser ins System passt. Aber gut, jetzt gegen Union, sollte Skarke ausfallen und komplett aus dem Kader rausrutschen, wäre es natürlich schon die logischste Alternative, Tobias Mohr auch mal wieder mitzunehmen. Und dann eben Simon Terodde als echten Neuner. Und so ist dann mal meine Überlegung für unsere potenzielle Startelf plus die Ersatzbank, wie ich es eben auch realistischerweise einschätze. Es könnte auch sein, dass am Ende Salazar spielt und Balanta nicht. Oder Salazar in der offensiven Dreierreihe könnte auch sein. Aber so, glaube ich zumindest mal, wird Thomas Reis am Sonntag gegen Union Berlin aufstellen. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zum Spiel und zur Aufschlung in die Kommentare schreiben. Was würdet ihr anders machen? Wie würdet ihr generell taktisch angehen? Was tippt ihr auch beim Spiel gegen Union? Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. Anale Schalker